Alle kommen miteinander, klar. Leidenschaft bedeutet für mich, für etwas wirklich einzustehen und immer voll dabei zu sein, also 110%. Also bis jetzt ist die John Reed Experience echt richtig gut. Amazing, fun, party. Das ist einfach diese Diversity. Es kommt mir schon so vor, wie es Ewigkeit kennen würden. John Reed ist für mich laut, herausfordernd, spaßig. 50 unterschiedliche Charaktere. Jeder einzelne ist bewundernswert. Es fühlt sich großartig an. Ja, also die Leute sind miteinander connected, obwohl sie sich gar nicht kennen. Das war's, genau. Bis jetzt. Heute викbeli durch zwei Anerbaan.